Guten Morgen Petra, heute bist du wieder hier bei uns und wir haben vor, dass die Ansätze nacharbeiten, aber diesmal werden wir ein bisschen was verändern, weil dich das Ganze ein bisschen stört und so schnell rauswächst und die Fläche einfach zu groß sind für deine Dreadlocks und das werden wir dann später zeigen. Einverstanden? Okay, bis dann. Mit der Vermehrung der Dreadlocks sind wir fertig geworden und jetzt sehen die so aus. Ich finde es ist ganz schön geworden, von 42 auf 56 haben wir es geschafft. Kannst du mal zeigen, wie das von hinten aussieht? Ja, wie immer schön, bloß ein bisschen zu viel. Was heißt zu viel? Ein bisschen mehr halt. Viel Spaß. Dankeschön. Vielen Dank.